hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel crystal born ich habe ja gestern damit schon mal angefangen und heute weiter aufgestanden bin ich müde und gleich muss ich auch schon wieder zur arbeit sammeln ok kein problem haben wir gesammelt jetzt wegxen da steht ein 1 sammeln ich glaube das wird sowieso nichts weil automatik an die ein mehr sind wie ich ja niederlage auch gut hmmm, kann man, ach, gehen wir hier mal zurück, hier nochmal verbessern okay 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 Ein Gratisgeschenk ist da. Schauen wir mal da die Forschung, ist noch gesperrt, eine Beschwörung, einmal nutzen. Ja, ein episch Spezialheld. Okay. Hier habe ich den einen, den normalen, da warte ich lieber mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Editellen habe ich. Ich glaube die sind noch besser, das sind bestimmt die ultimativen Helden oder? Ultimativ dann die epische Helden, ja ich denke mal, ich denke mal, Events, VIP sammeln, Neuigkeiten, wir haben noch gar nicht gekämpft, ach ich habe meinen Sound auch gar nicht an. Hm, ich fühle mich besser. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kampf, Kampagne? Das haben wir gemacht. Jetzt kommt der hier dran. Okay. Spieler Level 10. Welches Level habe ich eigentlich? Okay. 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 jetzt haben wir hier alle kämpfe in der Kampagne einmal durch ich hoffe ich komme noch ein bisschen weiter da müsste gleich schon vorbei sein da spät zack 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 und alle weg level 4 Wir sind bestimmt gleich schon durch. Es geht hier Schlag auf Schlag, das ist gut, Level 5, und weiter geht's, da, und durch, was heißt durch, äh, Zeit vorbei, schauen wir mal, wo wir angekommen sind. Ah, hier, noch zwei Stück, komm, die hauen wir auch noch schnell durch, das dauert ja nicht lang, das sind ja nur ein paar Sekunden. Und danach kommt dann gleich der Boss. Die Boss, das ist die Boss. Und der Boss ist, down. Oh, ja, das dauert jetzt länger. Und, welch ist er? Zack, zack, zack. Die erste Kampagne durch. Und hier geht die zweite Kampagne los. Gut. Also 1'1 haben wir fertig. Oh, hier haben wir ein paar Sachen zum einsammeln. Schön, haben wir. Schön, haben wir. Ich glaube, jetzt kriegt er Nachrichten. Und da machen wir noch die rein. Da ist ein Geschenk irgendwo. Oh, ich habe jetzt 1700 Schuld. Premium. 6. So, ok, ok, gratis. Gratis ist gut. Oh, der sieht doch witzig aus. Und wir setzen jetzt ein Premium Schlüssel. Zwei davon. Gratis. Ok. Ein Handschuh. Bei Helden. Ach, genau. Das würde ich mal gucken. Wenn ich anwähle. Aufleveln. Wie kriegt er einen besseren Stern hin? Splitter. Die gibt es in 3-7. Oh. Dann gibt es ja noch. Geht so richtig weit mit der Kampagne. Na gut. Noch irgendwo. So was. Events. Eins. Sammeln. Zurück. Vier. Vier. Sammeln. Zurück. Und. Hier nochmal einsammeln. Jetzt ist der auch schon wieder fertig. Und so, jetzt haben wir das gemacht. Ok, gut. Ich beende es. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Versuch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Dann bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.